Ja, B2B-Marketing-Strategie, das ist etwas, wo wir jetzt ja auch die letzten Tage schon vielfach mit ein paar Leuten hier jeweils immer drüber gesprochen haben und wir hatten ja auch schon von Marius eine sehr schöne Präsentation gesehen, wie er das so im B2C-Markt macht und ja, ich wollte jetzt einfach mal mit Paula gemeinsam hier einmal durchgehen, wie wir das in der Regel mit unseren Kunden machen, wir sind ja im tiefen B2B unterwegs und wie man sozusagen einige der Methodiken, Bausteine, Psychologien aus dem B2C-Markt auch auf B2B übertragen kann, aber was natürlich auch so die Besonderheiten sind bei einer B2B-Marketing-Strategie, wo man einfach sich drüber bewusst sein sollte und natürlich auch, wie man diese dann jeweils behandeln kann, wie man mit denen umgehen kann und wie man es trotzdem sehr schön hinbekommen kann aus Marketing, welches skalierbar ist, welches systematisiert ist, am Ende das Ziel hinzubekommen, was Marketing ja im Prinzip erreichen soll, nämlich, dass sich die Verkaufspipeline mit Opportunities füllt, mit Verkaufsgelegenheiten. Das ist das, was Marketing leisten kann, sodass Sales übernehmen kann und einen möglichst einfachen Job hat, also zum Beispiel da unten jetzt in diesem Funnel hier, den wir jetzt hier gleich einmal exemplarisch zusammenbauen, dass sich zum Beispiel Gespräche ergeben, Demo-Calls, Verkaufsgelegenheiten mit Interessenten, die im Prinzip schon reife Bananen für euch sind, also die schon Vertrauen, Beziehungen, eine gewisse Nachfrage aufgebaut haben, die also wissen, wer ihr seid, wie ihr ihnen helfen könnt und die sagen, hey, lasst uns doch mal quatschen, könnte gut sein, dass ihr uns gut helfen könnt und daraus sich dann eben schöne Verkaufsgelegenheiten für Sales ergeben. So, das ist das endgültige Ziel, was wir hier vorhaben. Wir starten erstmal mit der Annahme, dass wir hier eine Zielgruppe ansprechen möchten, also Personen aus Unternehmen, B2B, die uns noch nicht kennen, denen wir zwar perfekt helfen könnten, aber die das noch nicht wissen, dass wir ihnen helfen könnten. Und deshalb starten wir hier oben in dieser Awareness-Phase. Und in dieser Phase machen wir es jetzt zum Beispiel so, dass wir zunächst erstmal Awareness-Werbeanzeigen schalten. Diese Werbeanzeigen, die machen wir jetzt in unserem speziellen Fall hier nur auf LinkedIn, LinkedIn-only. Wir werden gleich auch noch andere Ads-Plattformen hinzuschalten, aber hier oben starten wir mit LinkedIn. Warum LinkedIn? LinkedIn bietet gerade im B2B-Markt eigentlich als einzige Plattform ein ganz, 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 ganz laserscharfes Targeting. Also wir können auf LinkedIn genau sagen, wen wir erreichen wollen. Wir wollen zum Beispiel die Head of HRs in IT-Unternehmen zwischen 10 bis 50 Mitarbeitern erreichen, die in einer bestimmten Region ansässig sind. So laserscharf targetieren kann keine andere Plattform und das ist eben der ganz große Vorteil, den man eben auf LinkedIn hat. Deshalb macht es Sinn, sich sozusagen hier diese maximal hohe Traffic-Qualität und später dann auch hohe Lead-Qualität einzukaufen auf LinkedIn. Wir machen hier oben in der Awareness-Phase noch zwei weitere wichtige Dinge. Wir testen auch erstmal das technische Zielgruppen-Targeting. Das heißt, wir gucken, wie kann man exakt diese Personen, die ihr erreichen möchtet, die die exakte Zielgruppe sind, denen wir am allerbesten helfen können, wie können wir sie technisch targetieren, sodass wir das am günstigsten hinbekommen. Also wirklich das Zielgruppen-Targeting einmal austesten, verschiedene technische Targetings und auch die Ansprache testen wir dort. Also das Trigger-Symptom, womit wir dann nachher spielen und die richtigen Leute in den Funnel erstmal reinholen, weil sie erkennen, ah guck mal, das ist doch hier so ein Symptom, das kenne ich aus unserer Firma, das habe ich bei uns in der Firma auch regelmäßig und ab dem Moment haben wir ihre Aufmerksamkeit. Das sind erstmal die initialen, wichtigen Ziele hier der Awareness-Phase. Wir zeigen euch jetzt zu jedem dieser Bausteine, die wir gleich durchgehen, zeigen wir euch jetzt ein paar Praxisbeispiele, die Paula vorstellen wird. Das heißt, hier jetzt erstmal Awareness-Anzeigen, die mit dem Trigger-Symptom spielen. Genau, also was wir als erstes sehen, wenn wir durch den Feed scrollen, ist einfach das Creative. Und deshalb ist es da gerade bei der kalten Zielgruppe extrem wichtig, überhaupt das Creative so zu erstellen, dass wir halt einen Scroll-Stopper erstellen können und die Leute überhaupt erstmal stehen bleiben und dieses Bild auffällt. Das ist die Hauptaufgabe von dem Creative. Und womit wir sehr gerne arbeiten, was wir jetzt hier auch gemacht haben, sind sogenannte Plakat-Ads. Also das ist wirklich sehr plainer Hintergrund und dann einen kurzen, prägnanten Satz drauf, den man einfach liest schon im Rüberscrollen und wo die Leute hängenbleiben. Entweder was, womit sie halt relaten können oder so ein typischer Glaubenssatz und wo sie sagt, ach ja, warte mal, das bin ich. Oder hier, genau, ist halt von eins an eins, DSL, die Deadline-Art und das Internet fällt aus. So dieses klassische, oh ja, kenne ich, okay, warte mal, was ist das, das gucke ich mir an. Und genau, und dann haben wir halt oben, jetzt sieht man ja die ganze Ad, aber oben ist dann ja eigentlich, kennt ihr auch, erstmal nur der erste Satz zu sehen und dann kann man auf mehr klicken. Da ist dann halt wirklich der Teaser drin, dass man dann auf mehr klickt, idealerweise sich das anschaut und unten dann den Call-to-Action hat. Ich weiß nicht, ob ihr das alle sehen können. Unten dann auf jeden Fall immer nochmal, okay, was gibt's dann? Aber vor allem erstmal Ziel in diesen Ads ist es, die Engagement-Rate hochzuhalten. Also die Leute wirklich auf die Ads klicken, mit den Ads interagieren, ein Like da lassen, vielleicht jemanden drunter kommentieren oder ähnliche Sachen, also dass da wirklich überhaupt die Leute damit reagieren, stehen bleiben, es lesen, es wahrnehmen. Und deshalb arbeiten wir ja auch noch gar nicht so extrem so mit dem Branding. Hier steht zwar unten das Logo drauf, aber noch sehr dezent. Ein anderes Beispiel, das ist ein sehr schönes Beispiel Ahead, die machen so Intranet, aber in echt cool. Und man sieht auch hier schon, das sind deren Branding-Farben, die sind ein bisschen bunter aufgestellt, aber man kann natürlich auch sehr schön arbeiten, dass wir hier halt so das Branding drin haben. Und was halt geil ist, womit wir sehr coole Erfahrungen gemacht haben, sind diese Comic-artigen Dinger, dass das halt wirklich erstens auffällt natürlich, die Leute beim Stehen, aber es ist halt auch wirklich entertaining. Und am Anfang, wenn die Leute einen noch nicht kennen, dann ist das halt total schön, dass da einfach die Leute erstmal hängenbleiben, auch sich mit so einer Situation identifizieren können, so den ganzen Tag telefoniert er hier irgendwie komplett durch. Nicht der Typ, durch seine ganzen Filialen und versucht hier irgendwie das Thema zu klären, damit alle Bescheid wissen. Und man könnte es natürlich am Ende besser machen mit einem Intranet und einfacher machen. Darum geht es am Ende. Aber überhaupt ist erstmal eine witzige Geschichte, wo die Leute dran hängenbleiben. Und ein drittes Beispiel haben wir hier noch von Freeway. Und da ist es auch, das geht so ein bisschen so ein Gamification-Thema, wo es auch erstmal irgendwie so, aha, okay, was bin ich? Da kann man dann gucken, dein altes CEO ich, dein neues CEO ich. Bin ich eher noch da? Bin ich da? Dass man da auch erstmal, ja, denkt so, ach, cool, interessiert mich. Was steht ja dann auch im Kleingedruckten? Und oft hören wir irgendwie auch so, ja, ist irgendwie ein bisschen viel Text? Bleiben da wirklich die Leute hängen? Ja, gerade das, wenn die Leute es interessiert, oben was Spannendes steht, es erstmal auffällt, die Leute es lesen, dann ist natürlich die Dwell-Time auch höher. Und das ist wieder super für den Algorithmus. Dadurch werden die Ärzte auch ein bisschen günstiger. Und ja, damit haben wir jetzt ja gute Erfahrungen gemacht. Yes. Also noch gar nicht so auf die Brand gehen oder auf das Produkt, sondern erstmal triggern. Genau, triggern mit dem Symptom, das die Leute aus ihrem Arbeitsalltag kennen. Wenn wir das verifiziert haben, wenn wir also wissen, welche Symptome funktionieren am besten und auch welches Zielgruppen-Targeting ist das günstigste, um die höchste Traffic-Qualität, nahezu 100% Lead-Qualität nachher herzustellen, dann machen wir die nächste Frage. Die nächste Phase ist dann die Lead-Generation-Phase. Also in dieser Phase wird dann angefangen, der Zielgruppenbesitz aufzubauen. Sprich, die Personen aus der exakten Zielgruppe, denen wir perfekt helfen können und die ein Symptom haben, das wir schon verifiziert haben und die sozusagen im technischen Targeting drin sind, das wir schon verifiziert haben, welches super günstig für uns ist, von diesen Leuten wollen wir dann die Leute in unseren Zielgruppenbesitz, also in unsere Kontaktliste, in unser CRM führen, sodass sie dort sich erstmal als grüne Bananen einfinden können. Grüne Bananen landen dann hier in unserem Zielgruppenbesitz, in unserem CRM. Sie werden noch nicht am nächsten Tag sofort anklopfen und sagen, schönen guten Tag, ich will jetzt gerne kaufen. Manchmal passiert das sogar, aber das ist natürlich nicht die Regel. Wir sind hier im Long Sales Cycle B2B unterwegs, aber wichtig, dass wir uns hier schon mal diesen Zielgruppenbesitz aufbauen, sozusagen uns damit unabhängig machen von LinkedIn, von Google, von Facebook und Co. und das ganze weitere Marketinghaus danach auf unserem eigenen Grund aufbauen. Das wichtigste Asset jeder Firma, das allerwertvollste, ist es eben, den eigenen Zielgruppenbesitz mit den Personen zu haben, denen wir irgendwann mal helfen können. Wir machen das jetzt hier in der Regel erstmal simpel durch PDFs, Checklisten, Guides, Handbücher, zeigt Paula gleich ein Beispiel für, was dann natürlich schon laserscharf exakt auf dieses Symptom, auf dieses Problem abgestimmt ist, was wir oben in der Awareness-Phase gemessen haben. Das ist ganz wichtig. Viele gehen raus und machen sofort Lead Gen mit einem PDF oder man kann natürlich auch mit einem Video Sales Letter oder ähnlichen anderen Lead-Magneten rausgehen. und machen sich erstmal Riesenarbeit, damit das Ding zu erstellen, wissen aber noch gar nicht, ob das Ding überhaupt den Nerv der Zielgruppe trifft und ein Problem, ein Symptom anspricht, das ja auch wirklich relevant für sie ist. Aber das haben wir halt durch die Awareness-Phase vorgemessen. Hier mal ein Beispiel dafür. Genau, wir haben da so eine schöne Vorlage auch, nach der wir da gehen. Meistens, also wir haben jetzt hier den Leitfaden, eine Checkliste, sowas funktioniert immer gut. Was halt wirklich gar nicht gut funktioniert, ist halt so White Paper oder Report. Haben wir halt mit einigen vielen A-B-Tests herausgefunden. Das ist einfach, ja, das ist einfach durch. Das interessiert die Leute nicht mehr. Das ist einfach zu viel und zu lang auch. Und was wir halt hier wirklich wollen, ist wirklich hilfreichen, inspirierenden Content, wo die Leute wirklich direkt was umsetzen können. Das ist das Ziel, was wir wirklich immer damit erreichen wollen mit so einem Lead-Magnet-PDF, dass sie sich das runterladen, es direkt anwenden und dann auch merken, ey, das ist ja wirklich cool, was sie drauf haben. Und das Vertrauen weiter steigt und denken, okay, die scheinen ja wirklich smart zu sein. Sodass, wenn man sie halt das nächste Mal sieht, die Ads zu dieser Brand dann halt auch schon merkt, ah ja, okay, schaue ich mir vielleicht nochmal an, weil das letzte Mal haben sie mir auch schon so weitergehalten. Genau, dafür ist immer super wichtig, dass wir das Ding hier auch wieder im snackable-Content-Stil machen. Also wir machen hier nicht 30 Seiten Flea-Stacks zu irgendwas, sondern ihr seht das hier, wir machen da wirklich auch meistens nur so ein paar Seiten und dann wirklich Checkliste. Um dieses eine Symptom, was wir vorher verifiziert haben, lösen zu können, macht Schritt 1 das, Schritt 2 das, Schritt 3 das und das jeweils mit ganz kurzer, knackiger Anleitung, aber highest value, wirklich ganz nützlicher Content, wo die Leute dann direkt schon so konditioniert werden und merken, ach guck mal, jetzt habe ich das angewandt und das hat mir schon ein erstes Erfolgserlebnis gebracht. Das erhöht übrigens auch die Rate der Leute, die sich das Ding dann auch wirklich durchlesen. Weil ihr wisst selber, man lädt sich häufig auch einfach so ein Ding runter, 30 Seiten Flea-Stacks, kein Bock das zu lesen, ciao, landet auf meiner Festplatte irgendwo, ich packe es nie wieder an. Und das ist halt ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir hier die Wahrscheinlichkeit zumindest erhöhen, dass die Leute auch wirklich schon anfangen damit zu arbeiten und ein erstes Erfolgserlebnis haben. Genau, jetzt haben wir, glaube ich, hier noch das Beispiel von, ach so. Also, ja, aber war dann nicht eigentlich das, ach so, das kommt da drauf, okay. Genau, also die Legion-Ads selber, da ist halt zum einen das Ding, das wir herausgefunden haben, dass es eigentlich mit Single-Image-Ads immer am besten funktioniert, weil bei Videos zum Beispiel klicken die Leute halt nicht so gerne drauf, um sich einzutragen. Sie schauen sich das Video dann vielleicht an und dann sind sie aber weg oder wieder abgelenkt oder so. Also Single-Image-Ads, dass sie halt wirklich draufklicken und dann halt wirklich mit einem Legion-Form hinten dran zu arbeiten, dass man sie halt nicht auf eine extra Landing-Page leitet, damit sie sich eintragen, sondern halt mit dem Legion-Form von LinkedIn arbeitet, um halt da auch nochmal den Bruch halt zu vermeiden, dass sie auf der Plattform bleiben. Und das Geile hier ist halt, die E-Mail-Adresse ist vorausgefüllt. Also auch, ich würde da nicht nach einer Telefonnummer noch oder irgendwas fragen, dann steigen die Liebpreise auf jeden Fall extrem. Und so alles ausgefüllt, sie müssen nur noch auf Senden klicken und das funktioniert immer besser, als wenn man sie irgendwie noch woanders hinschiebt. Und ja, genau, wir haben auch mal versucht, das ist zwar meistens die private E-Mail-Adresse, weil die Leute ja meistens ihre private E-Mail-Adresse bei LinkedIn angegeben haben für ihr Profil, was aber überhaupt nicht für Nachteil ist. Also wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass gerade, wenn wir sie danach dann weiter in E-Mail schicken, auch über die private E-Mail-Adresse, dass wir auch da sehr hohe Öffnungsraten haben und die nimmst du halt auch immer mit. Also das ist halt der Vorteil. Eine Business-E-Mail-Adresse wechselst du halt häufig mal in deinem Leben und die behältst du halt. Und ja, genau. Ja, wichtig hier, was ihr hier jetzt auch noch seht, ist, man kann auf LinkedIn eben, und das ist halt ein Mega-Hack, direkt die LinkedIn-Profil-URL mit abfragen lassen, vorausgefüllt. Und das werden wir später noch verwenden. Haltet das jetzt mal im Hinterköpfchen. Das heißt, dass wir hier automatisiert das LinkedIn-Profil der Leute direkt kennen. Das können wir später in einem späteren Schritt verwenden. Jetzt hier schon mal einmal gesehen, hier unten in dem Lead-Gen-Formular. So, was folgt, nachdem die Leute sich als Leads, als grüne Bananen bei uns eingetragen haben? Ja, jetzt müssen natürlich Nurturing, Demand-Generation folgen. Das heißt, jetzt wollen wir Vertrauen, Beziehung und eine gewisse Nachfrage aufbauen. Grüne Bananen klopfen in der Regel noch nicht an und sagen, ich will jetzt gerne kaufen, sondern jetzt wissen wir, die Leute, die sich bei uns eingetragen haben, gehören zu unserer exakten Zielgruppe, haben ein Symptom, bei dem wir helfen können, ja, jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass sie das auch wirklich verstehen, wer wir sind, wie wir helfen können und dass sie eine gewisse Nachfrage zu uns aufbauen. Schritt Nummer 1, um das zu tun, ist E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing auf eine sehr, sehr, sehr exzellente, fachlich, inhaltlich, sehr hochwertige Art und Weise. Also nicht jetzt irgendwie die Leute mit reinen Sales-E-Mails zu ballern oder irgendwelchen Bling-Bling-Newslettern oder sowas, sondern wirklich auch hier wieder, ihr merkt es, diese Awareness-Phase, die wir zuerst gemacht haben, ist hier auch wieder super hilfreich. Welcher Winkel, welches Trigger-Symptom, welcher Schmerz war wirklich der, wo die Leute drüber reingekommen sind, wo sie am meisten interagiert haben? Und genau zu dem Thema liefern wir jetzt E-Mails. In einer bestimmten Abfolge, am Anfang nach der Eintragung, so in den ersten zwei Wochen ein bisschen höhere Frequenz, danach geht es dann weiter, nur noch in einer wöchentlichen Frequenz. Aber wichtig eben, auf exakt dieses Thema hilfreiche, nützliche, wertvolle, fachlich exzellente Inhalte liefern, wo ähnlich wie im Lead-Magnet-PDF auch die Leute merken, hey, wenn ich diesen einen Tipp hier umsetze bei mir im Team, bei mir in der Firma, bei mir im Unternehmen, mit meinen Mitarbeitern, mit meinem Chef, whatever, dann habe ich da schon ersten Erfolg. Und so bauen die Leute dann eben weiter Vertrauen, Beziehung, Nachfrage zu der Brand, zu dem Unternehmen und natürlich auch zu der Person auf, die zum Beispiel dann auch die E-Mails aus dem Team rübersendet. Wir haben hier mal ein Beispiel mitgebracht. Ja, genau, das ist von einem unserer Kunden. Da haben wir wirklich, also wir haben insgesamt knapp 2000 Mails verschickt, haben insgesamt eine Eröffnungsrate von 56% gehabt und eine Klickrate von 12%. Und das ist so eine E-Mail-Serie, von der Michael gerade gesprochen hat, dass das halt acht E-Mails sind, die wir dann einfach nach Eintragung höher ab höher raussenden und da halt wirklich auch weiterhin wieder diesen wertvollen, inspirierenden, hilfreichen Content mit einbauen und auch mit so einer persönlichen Note halt, dass wir da halt auch schauen, dass man da irgendwie, also wir merken es ja auch bei unseren Mails selber, dass die Leute manchmal gar nicht realisieren, dass es halt wirklich eine automatisierte Mail ist und darauf antworten so. Und als ob sie halt davon ausgehen, dass man ihnen halt persönlich geschrieben hat. Und diese Eröffnungsrate kommt halt wirklich auch wieder dadurch zustande, dass wir es schaffen, ihnen wirklich wieder diesen weiteren Mehrwert zu geben, dass sie denken, hey, jetzt konditioniert sind darauf, wenn ich von denen eine Mail bekomme, dann scheint das guter Inhalt zu sein, also öffne ich sie. Und daher kriegen wir diese Eröffnungsrate. Und öffne dann auch die nächste und die nächste und die nächste Mail wieder. Weil wenn ihr einmal gelernt habt, wenn ich von dem Unternehmen oder von der Person im Unternehmen eine reine Sales-Mail bekomme, die gar keinen relevanten Inhalt für mich liefert, dann werde ich die nächste Mail halt nicht mehr öffnen. Kennt ihr selbst. Und hier seht ihr halt durchgehend wunderschöne Öffnungsraten, über 50, über 60, über 70 Prozent. Und ja, das kriegt man eben dann auch wieder genau dadurch hin. Im B2B wohlgemerkt. Das ist halt immer hier noch das Spannende an der ganzen Geschichte. So, jetzt haben wir noch den Baustein, der einer der stärksten Bausteine ist, um sozusagen skalierbar aus grünen, reife Bananen zu machen. Und das ist der Baustein des Webinars. Webinare auch weiterhin im B2B eine der aller, aller stärksten Mittel, um Vertrauen, Beziehung, Nachfrage bei der exakten Zielgruppe aufzubauen. Jetzt haben wir es ja mit Hochpremium-Zielgruppen zu tun. Und Kunden fragen mich dann häufig, ja Michael, aber da setzt sich dann doch kein CEO von einem Mittelständler mit 150 Mitarbeitern in ein Zwei-Stunden-Webinar von dir, oder? Und ich kann bestätigen, doch, das tun die. Und zwar genau dann, wenn auch hier wieder der Inhalt und auch der Titel und natürlich die Subtitel des Webinars super, super, super relevant sind. Gut, dass wir das schon oben gemessen haben. Welches exakte Triggersymptom, welcher exakte Painpoint für genau diese Zielgruppe, die wir hier ansteuern, eine sehr hohe Relevanz hat, wo wir schon vorher gemessen haben, damit interagieren die Leute, da reagieren sie, da tragen sie sich ein, da öffnen sie die E-Mails etc. Und dann kommen die Leute auch ins Webinar rein. Dann gibt es einen bestimmten Webinarablauf, wie man das Webinar dann aufbauen kann, damit auch die Retention Rate im Webinar hoch bleibt. Es gibt einige sehr, sehr, sehr schöne Tricks, wie man sozusagen die Opt-in-Rate fürs Webinar erhöhen kann, wie man die Show-Up-Rate erhöhen kann und auch wie man hinten raus die Terminbuchungsrate, also die Conversion Rate, optimieren kann. Können wir, wenn ihr wollt, gerne nochmal jeweils tiefer drauf eingehen. Habe ich auch ein paar YouTube-Videos zu gemacht. Aber wichtig jetzt hier, um sozusagen diese grundsätzliche Strategie einmal zu sehen, Webinare weiterhin auch im B2B eine des oder die skalierbarste Möglichkeit, um aus Grün reife Bananen zu machen und deshalb auch fester Bestandteil. Man kann später auch zu automatisierten, aufgenommenen Evergreen-Webinaren übergehen, aber mit unseren Kunden, ich sage immer, ey, mach erst mal 20, 30 Live-Webinare, bevor du das irgendwie anfängst, automatisiert zu machen. Wir Menschen merken einfach, wenn solche Sachen nicht live sind und das Live hat einfach eine andere Magie. Plus, dass wir natürlich auch von Webinar zu Webinar zu Webinar einfach dazulernen, das Webinar besser machen, sehen, was die Leute für Fragen stellen, damit das nächste Webinar wieder optimieren können und so weiter und so fort. Genau, und das ist jetzt mal so eine Webinar-Landing-Page von uns und wonach wir vor allem die Webinare aufbauen, ist halt so dieses Fünf-Schritte-Listical-System sozusagen, dass wir halt immer sagen, hey, diese fünf Punkte oder diese fünf Schritte, die werdet ihr im Webinar lernen. Und dabei ist halt das Schöne, dass die Teilnehmer wirklich bei uns immer fast bis zum Ende oder die meisten wirklich bis zum Ende drin bleiben, weil sie halt wissen, es kommen fünf Punkte und sie warten halt wirklich auf die fünf Punkte und die werden dann nach und nach durchgegangen von Michael und nach dem vierten Punkt spricht er auch schon das erste Mal unser Angebot an. Und das ist halt das Schöne, weil Sie wissen, es kommt auch noch der fünfte Punkt, dann kann man schon mal so einen kleinen Pitch machen und es ist ja auch so, die Leute sind ja nicht doof und das ist ja auch vollkommen okay, es nimmt einem auch keiner übel, das muss man sich dann auch bewusst machen, dass wenn man denen halt viel Mehrwert gibt, dass man dann natürlich am Ende auch seinen Pitch machen kann. Vor allem sind die Leute ja, also manchmal fragen sie auch schon so, hey, weißt du, was biete ich denn an, was kann ich denn kaufen? Und daher, wenn man denen halt irgendwie anderthalb Stunden da richtig coole Tipps gibt, dann ist es auch vollkommen okay, wenn man dann halt da auch erzählt, was man auch gutes anbieten kann. Und was auch noch ein guter Tipp ist, Fragen machen wir zum Beispiel auch immer erst am Ende, dass wir sagen, hey, haut alle eure Fragen in den Chat, wir beantworten aber alle eure Fragen, aber erst zum Ende. Auch ein richtig schöner Tipp, damit die Leute bis zum Ende drin bleiben, also das kriegen wir immer wieder mit, wie sie dann halt wirklich auf ihre Fragen warten und nach zwei Stunden irgendwie immer noch 80 Prozent der Leute drin sind und warten, bis ihre Fragen beantwortet werden und ja, dann immer noch eine schöne Fragerunde zustande kommt. Ja, so, um hier unten in dieser Conversion-Phase noch weitere Verstärker hinzuzugeben, können wir Remarketing hier natürlich auch wunderbar nutzen. Und jetzt ist spannend, dass wir hier unten weiterhin Remarketing auf LinkedIn natürlich machen, auch das LinkedIn Audience Network mit hinzuschalten, dadurch dann auch sichtbar auf anderen Plattformen werden und in diesem Remarketing-Layer hier unten auch Google Ads mit hinzuschalten. Und was ihr dann macht, das ist wirklich Magie im B2B, weil ihr dann nämlich das laserscharfe Targeting nahezu 100 Prozent Lead-Qualität von LinkedIn kombiniert mit der breiten Sichtbarkeit, der breiten Skalierbarkeit der Anzeigen bei Google, also im Google Ads-Universum, wie zum Beispiel Google Display Network, YouTube etc. Weil normalerweise würde man auf Google ja eben nicht dieses laserscharfe Targeting hinbekommen, aber indem ihr eben nur die Leute retargetet, die ihr vorher aus LinkedIn mit dem laserscharfen Targeting reingeholt habt und die Leute dann auch im Google-Universum retargetet, wisst ihr, ihr seid breit sichtbar im gesamten Internet, im gesamten Internet für die Leute sichtbar, aber nur mit den Leuten, wo ihr genau wisst, aus LinkedIn rausgeholt, dass sie exakt, exakt in eure Zielgruppe passen. Und diese Kombination, das ist halt wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Kombination. Und mit diesen Remarketing-Ads kann man dann natürlich auch wieder verschiedene Ziele verfolgen. Einerseits kann man das Webinar beispielsweise füllen, andererseits kann man natürlich auch Educational Content geben, der mehr dann schon auf Lösungsbewusstseins- und Anbieterbewusstseinsebene stattfindet. Während das da oben ja alles auf Trigger-Symptomen- und Problembewusstseinsebene stattfindet, kann man dann da unten voll Content auch liefern, rund ums Thema Lösungs- und Anbieterbewusstsein. Und so dann auch natürlich Termine, Gespräche, Demos, Verkaufsgelegenheiten aus dem Remarketing erhalten. Ja, und so sieht das dann aus, wenn das ganze Internet voll geflastert ist mit Michael. Genau, also hier, sehr gut, so muss das sein. Also nochmal für alle, die es vielleicht noch nicht ganz auf dem Zettel haben, Display Network, Google Display Network sind im Prinzip ja alle Webseiten dieser Welt zu jeglichen Themen, die sich eben da die Bannerplätze an das Google Display Netzwerk verkaufen. Und ja, und so kann man dann eben auch auf ganz vielen anderen Webseiten und Plattformen eben für die Zielgruppe sichtbar sein, als jetzt nur auf LinkedIn. Und so erweitert man sozusagen das Ads-Game, das Performance-Game dann auch auf andere Plattformen. Und natürlich YouTube und so weiter und so fort spielt dann da auch noch eine Rolle. Jetzt wollen wir noch zwei weitere Hebelchen hinzuschalten, die eigentlich auch nur auf LinkedIn funktionieren und die die Wahrscheinlichkeit nochmal enorm erhöhen, dass Personen relativ schnell auch mit euch ins Gespräch kommen können. Ihr erinnert euch noch, als wir hier die Lead-Gen-Phase aufgemacht haben, uns gerade das Lead-Gen-Formular angeguckt haben, haben wir ja die LinkedIn-Profil-URL automatisiert mit abgefragt. Das heißt, wir wissen jetzt ganz genau, was ist das für eine Person, wie ist ihr LinkedIn-Profil, wo arbeitet die, welche Position hat die, welche Rolle hat die, etc. Und was man jetzt machen kann, ist, die Person natürlich einfach hinzuzufügen. Auf LinkedIn die Person einfach hinzufügen. Nach einem bestimmten Schema, also Kontaktanfrage senden mit der sogenannten Schuhverkäufer-Nachricht und dann in so ein Five-Messages-Framework übergehen, will ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen, gibt es auch andere YouTube-Videos von mir zu. Aber wichtig zu verstehen ist, wir gehen jetzt hier auch auf LinkedIn in den Direktnachrichtenaustausch mit Personen, die wir nicht einfach kalt anquatschen, so wie das auf LinkedIn massenweise passiert und massenweise kalt Nachrichten rausgeschickt werden, sondern das sind grüne oder sogar schon angereifte Bananen. Also Leute, die sich aktiv bei uns eingetragen haben und gesagt haben, hey, dieses Thema, das ist relevant für mich, schick mir dazu bitte Infos rüber. Hier sind meine Kontaktdaten. Und wenn man dann die Leute anschreibt und sie ein bisschen weiter vorqualifiziert und guckt, ob sie wirklich offen für Hilfe sind und so weiter und so fort, dann ist das natürlich ein ganz anderes Gespräch und die Leute bedanken sich und freuen sich teilweise einfach, dass man sich meldet und man kommt super locker flockig, überhaupt nicht salesy, sondern auf eine super nette Art und Weise ins Gespräch. Und daraus, allein daraus können sich schon relativ schnell auch in einer höheren Wahrscheinlichkeit Gespräche ergeben. Hier nochmal so ein Beispiel. Genau, da haben wir auch ein Beispiel mit der ersten Nachricht, die wir dann rausschicken, wenn sich jemand eingetragen hat. Hi Björn, schön, dass du dir die LinkedIn-App-Checkliste runtergeladen hast. Ich wünsche dir viel Freude und Erfolg damit. Wenn du mal Fragen zu LinkedIn-Apps hast, weißt du ja, wo du mich findest. Und das ist einfach nochmal so ein bisschen einladend, aber nicht zu pushy. Und da hat er auch gleich drauf geschrieben, Hallo Michael, vielen Dank, dass du solchen Content bereitstellst. Sobald ich mir das in Ruhe angeschaut habe, gebe ich Feedback und wenn ich Fragen habe, melde ich mich. Also auch total nett darauf reagiert. Und da haben wir wirklich so ein Prinzip, wir nennen das immer der Schuhverkäufer-Nachricht. Und ja, kennt ihr ja wahrscheinlich auch, wenn ihr irgendwie so in einen Schuhladen geht und guckt euch da um und dann kommt irgendwie ein Verkäufer an und sagt, hey, ich brauche die Hilfe. Und dann sagt ihr, nee, nee, danke, ich schaue nur, okay, ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Und das System machen wir hier quasi auch, dass sie dann halt wissen, okay, wenn sie da jetzt nochmal Fragen zu haben, können sie sich melden. Und gleichzeitig auch das Erlaubnis-Marketing, was wir hier so ein bisschen einbauen. Dass wir halt sozusagen immer nur eine Frage stellen und dann warten mit dieser Frage quasi die Erlaubnis, darauf warten, dass sie uns halt antworten und wir dann darauf wieder die nächste Frage stellen können. Und so kann man dann einfach so locker mit einer einfachen Frage ins Gespräch kommen. Dann antworten die erstmal darauf, so hey, macht ihr denn schon LinkedIn-Ads? Was ist denn dein Kost per Lead? Und dann antworten die einfach darauf und dann kann man immer mehr so drauf eingehen und weiß dann auch vielleicht, wo vielleicht die Probleme sein könnten und wo man dann weiterhelfen könnte. Ja, die weiteren Fragen, das ist dann dieses Five-Messaging-Framework. Kann ich euch eine Vorlage für schicken, wie man sozusagen diese fünf Fragen super easy aufbauen kann. Ja, und für alle, die jetzt halt das Video sich im Nachhinein angucken, kann man das auch bei uns im Downloads-Bereich natürlich runterladen. Ja, jetzt haben wir noch das große Thema Telesales, anrufen. Ganz beliebtes Werkzeug natürlich im B2B. Und auch das darf hier natürlich in solch einem Funnel nicht fehlen. Allerdings, ganz, ganz, ganz große Empfehlung. Wenn die Leute sich gerade eingetragen haben, als grüne Bananen bei euch und euch noch nicht kennen, aber ihr wisst schon, ja, ihr könnt ihnen vielleicht helfen, nicht sofort fünf Minuten später anrufen. Das würdet ihr selbst nicht wollen. Ihr habt euch irgendwo eingetragen, bei irgendeinem Anbieter, den ihr noch nicht kennt und fünf Minuten später klingelt das Telefon und der ist dran. Da würde ich auch sagen, hey, was soll das? Ich habe mich jetzt hier gerade nur eingetragen. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, wenn ihr so 21 Tage bis vier Wochen wartet und in dieser Zeit die Leute ja schon eure wertvollen E-Mails bekommen haben, euch im Retargeting, im gesamten Internet gesehen haben, da auch wieder hilfreiche, wertvolle, inspirierende Inhalte bekommen haben, die Brand schon kennengelernt haben, den Anbieter, die Person dahinter besser kennengelernt haben, vielleicht sogar schon bei euch im Webinar drin war, dann anzurufen nach 21 Tagen. Das ist ein kompletter Game Changer, wo die Leute dann auch sagen, hey, ja, cool, ich sehe euch ja überall. So, das ist dann halt, wie gesagt, der Opener. Dann kommt häufig sowas, ja, genau so wie ihr das macht, will ich das auch, genau. Und dann ist das Gespräch natürlich direkt viel offener, viel herzlicher. Man kennt sich halt schon ein bisschen. Man hat schon ein bisschen Beziehung, Vertrauen, Nachfrage aufgebaut. Und dann macht Telesales natürlich auch total Sinn. Wir sind natürlich weiterhin im Long Sales Cycle B2B unterwegs. Deshalb steht hier auch, dass eine Person, die euch heute noch nicht kennt, da unten landet bei einer Verkaufsgelegenheit, wo sie Beziehung, Vertrauen, Nachfrage zu euch aufgebaut hat und sagt, hey, lass mal sprechen, kann gut sein, dass jetzt genau der Bedarf da ist und ihr uns helfen könnt. Vergehen halt häufig auch einige Monate. Manchmal sind es zwei Tage, manchmal sind es aber auch zwei Jahre, wo die Leute sich in eurem Zielgruppenbesitz befinden. Aber im Schnitt kann man sagen, so Normalverteilung wäre irgendwas so zwischen drei bis neun Monate, von hier oben nach da unten durchzugehen. Und dadurch füllt sich dann einfach konstant die Pipeline. Von oben Personen, die euch noch nicht kennen, werden zu grünen Bananen, werden langsam aber sicher genurtiert zu reifen Bananen und es ergeben sich Verkaufsgelegenheiten. Wenn man das einfach kontinuierlich, konstant macht, dann hat man da halt eine schöne B2B-Marketing-Strategie, die einfach dafür sorgt, dass sich das CRM, die Verkaufspipeline, kontinuierlich jeden Tag füllt, da von oben nach unten Leute durchkommen und Sales am Ende einfach einen sehr, sehr, sehr leichten Job hat und perfekt aus Marketing übernehmen kann.